Jesu Zuwendung zu den Sündern ist ein zentrales Motiv des Lukas-Evangeliums, wie wir lernten. Und er hat es schon bei der Rufung des Levi auf den Punkt gebracht. Dass er sagt, der Arzt ist ja nicht für die Gesunden da, sondern für die Kranken, der Menschensohn. Ich bin nicht gekommen, um die Gerechten zu rufen, sondern die Sünder. Und jetzt stelle ich euch die spannende Frage, wie ist das eigentlich mit den Gerechten im Lukas-Evangelium? Gibt es eigentlich Gerechte in Israel? Oder sind alle die, die als Gerechte bezeichnet werden, in Wahrheit Ungerechte? Und was entscheidet eigentlich darüber, ob ein Israelit ein Gerechter ist oder nicht ein Gerechter ist, angesichts des Reiches Gottes, wie es in Jesus Christus gekommen ist? Wir haben auf der Seite 2a4 unter Viertens unten aufgelistet die Belege für Gerechte im Lukas-Evangelium. Und in der Tat, wir beginnen mit gerechten Dikaioi im positiven Sinne. Ja, es gibt Gerechte in Israel. Und gerade in der Vorgeschichte, mit der wir angefangen haben, da lernen wir Gerechte, wahrhaft fromme Juden kennen. Zacharias und Elisabeth, Hannah und Simeon. Sie sind wahrhaft Gerechte, die auf Gottes Heil warten und insofern als Israeliten schon gerecht sind. Also bevor Jesus gekommen ist, werden sie hier als gerecht bezeichnet. Woran erkennt Lukas, dass ein Israelit in Wahrheit gerecht ist, vor Gott richtig ist? Nun, es zeigt sich an der Begegnung mit dem Sohn Gottes. Ein Gerechter, der wirklich auf Gottes Verheißung wartet und sie dann verkörpert sieht in seinem Sohn. Er erkennt, wie Simeon und Hannah, Gottes Verheißung, Gottes Geschenk und Gottes Heil in der Begegnung mit Jesus. Gerechte sind Menschen, die den Sohn Gottes erkennen. Gerechte sind Menschen, die sich gewinnen lassen für die Perspektive Gottes. Und die vielleicht zunächst erstaunt sind, dass sich Jesus gerade den Armen und den Verlorenen und den Frauen und den Witwen zuwendet im Speziellen. Aber die dann die Perspektive Gottes gewinnen, die sich überzeugen lassen vom Evangelium und insofern richtig sind vor Gott, also gerecht sind. Dem Willen Gottes entsprechen. Aber viele halten sich selbst für gerecht. Aber sie sind es nicht. Woran erkennt man das? Nun, man erkennt es daran, dass sie behaupten, Gottes Willen zu tun. Und wenn Gott seinen Willen tut und in Jesus Christus offenbart, dann widersprechen sie ihm. Dann wollen sie Gottes Erbarmen nicht haben. Sie wollen es nicht dulden. Gott sendet seinen Sohn und sie wollen ihn nicht aufnehmen. Aber kann jemand sagen, dass er wirklich die Perspektive Gottes hat, dass er Gott gefallen will, dass er gerecht ist bei Gott, wenn er dann Gott offen widerspricht und seinen Sohn ablehnt? Und es entscheidet sich also, ob ein Gerechter in Israel wahrhaft gerecht ist oder ob er scheinheilig ist und vorgeblich gerecht ist an seiner Begegnung mit Jesus, dem Sohn Gottes. Und an seiner Begegnung mit dem Evangelium lässt er sich für die Perspektive Gottes gewinnen oder lässt er sich nicht gewinnen? Und dann gibt es einige Belege unter C, da ist es umstritten. Denn bei diesem Wort, ich bin nicht gekommen, eben die Gerechten zu rufen, sondern die Sünder. Da steht es ja in der Schwebe, meint da Jesus, die Pharisäer sind ja auch ohne ihn schon gerettet. Für die braucht er gar nicht zu kommen und zu sterben. Nein, nicht, aber er nimmt hier die Selbstbezeichnung der Pharisäer auf und sagt, wenn ihr euch als gefundene Schafe betrachtet, wenn ihr meint, ihr gehört schon zur Herde, was neidet ihr es dem verlorenen Schaf, dass ich ihm nachgehe und es suche? Das heißt also, nicht immer, wo Gerechte als Begriff vorkommt, ist es gemeint, sie sind wahrhaft vor Gott gerecht. Aber auch nicht immer, wo gerecht steht bei Lukas, ist es schon selbst gerecht. Das schillert also. Frömmigkeit und Gerechtigkeit, Religiosität muss sich bewähren in der Begegnung mit der Offenbarung Gottes, mit dem Sohn Gottes. Und wir wollen heute zwei Perikopen anschauen. Zunächst die ganz komplizierte und dann die, die sehr herausfordernd ist, aber für uns dann einen nachvollziehbaren und sehr einladenden Ausgang hat. Zunächst die komplizierte. Je weiter wir im Evangelium kommen, desto komplizierter wird es mit dem Gerechtigkeitsbegriff, desto scheinheiliger erscheinen die vermeintlich Gerechten, weil sie immer mehr Evangelium sehen, immer mehr Zeichen Jesu sehen, aber sie verhärten sich immer mehr. Und so sind wir in Kapitel 18, neun folgende bei einer Gegenüberstellung von einem Pharisäer und einem Zöllner. Jesus sagte aber zu einigen, die sich anmaßten, fromm zu sein, gerecht zu sein und verachteten die anderen dies Gleichnis. Hier hat also Lukas uns schon eine Wertung gegeben. Lukas sagt nicht zu den wahrhaft Gerechten, sondern er macht gleich deutlich, nein, das sind nicht die wahrhaft Gerechten. Das sind die, die sich selbst für fromm und für gerecht halten und verachten die anderen. Also Lukas steuert uns schon, wir gehen nicht völlig unvorbereitet in dieses Gleichnis rein, sondern er warnt uns schon vor. Der erste Sitz im Leben, so haben wir gesagt, war ja die Auseinandersetzung mit den Pharisäern zur Zeit des irdischen Jesus über die Annahme der Juden als verlorenen Schafen, nicht? Also mit den Ungerechten in Israel. Der zweite Sitz im Leben, haben wir gesagt, das war der Übergang der Mission zu den Samaritanern und zu den Heiden. Da wurden die Gleichnisse Jesu noch einmal erinnert und der dritte Sitz im Leben ist die Gemeinde und das ist ein Sitz, den auch wir heute noch haben. Denn Lukas umschreibt es bewusst, er hätte ja einfach sagen können, er sprach über die Pharisäer. Nein, was macht die Pharisäer problematisch? Nun, dass sie sich selbst anmaßten, fromm zu sein und verachteten die anderen. Und damit öffnet Lukas das Gleichnis für dich und mich und für uns heute. Denn dieses Problem, dass wir nicht mit Gottes Augen andere anschauen, das gibt es auch bei uns, dass wir uns selbst für fromm und für gerecht halten. Das Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Das liebt Jesus. Gleichnisse mit einer Gegenüberstellung. Zwei Positionen. Und ehe wir uns versehen, müssen wir plötzlich Stellung beziehen und müssen sagen, wo finde ich mich denn wieder? Denn ich werde für eine Alternative gestellt. Die Gleichnisse Jesu wollen nicht unterhalten. Hier heißt es nicht, we want to entertain you. Wir wollen sie unterhalten. Wir wollen sie belustigen, sondern wir wollen sie provozieren. Wir wollen sie herausrufen. Zwei Menschen. Also, der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand für sich und betete so. Doppelpunkt. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute. Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott sei mir Sünder gnädig. Zwei Männer, zwei Positionen. Und jetzt kommt die spannende Frage. Was macht der Pharisäer eigentlich falsch? Ist es falsch, zu beten? Das kann ja nicht sein. Ist es falsch, Gott zu danken? Das kann ja wohl auch nicht sein. Ist es falsch, Dinge zu tun, die dem Willen Gottes entsprechen, das Gesetz zu halten? Überhaupt nicht. Ist es falsch, mehr zu tun, als das Gesetz fordert? Das kann doch wohl auch nicht sein. Denn als Pharisäer fastet er zweimal die Woche, obwohl das Gesetz das gar nicht vorsieht und nicht verlangt, sondern am großen Versöhnungstag oder eben, wenn man in eine Schlacht zieht an Bußtagen, dann kann ein Fasten ausgerufen werden. Aber das Gesetz des Mose fordert es gar nicht. Nein, der Pharisäer ist bereit, mehr zu tun, als von ihm erwartet wird. Er ist bereit, den Zehnten von allem zu geben, was er einnimmt, weit über das hinaus, was das Gesetz des Mose fordert. Er macht eigentlich alles richtig. Wenn ihr Bilderbibeln kennt, für Erwachsene oder für Kinder, dann habt ihr immer den Pharisäer finster und arrogant dargestellt. Damit es leichter fällt, den Schluss Jesu am Schluss zu verstehen. Der guckt von oben runter, der ist arrogant und der macht etwas falsch. Wenn du aber diese Bilder nicht im Kopf hast, liest du dieses Gebet und musst sagen, ich weiß nicht genau, wo das Problem ist, so bete ich auch immer. Das Überraschende ist nicht das Verhalten des Pharisäers, das Überraschende ist eher das Verhalten des Zöllners. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott sei mir, Sünder, gnädig. Man erwartet nicht von einem Zöllner, dass er die Nähe Gottes sucht. Und er steht, der Pharisäer sieht ihn ja eben mit gebührendem Abstand, aber doch in Gottes Gegenwart. Wir haben erzählerisch sehr schön einen Kontrast. Bei dem Pharisäer heißt es nur knapp, der stand für sich und betete so, Doppelpunkt, und dann kommt ein langes Gebet. Bei dem Zöllner aber haben wir eine lange Einleitung, wie er sich scheut, wie er demütig ist, sich an die Brust schlägt. Und dann entsprechend ist sein Gebet ganz knapp, Gott sei mir, Sünder, gnädig. Der Pharisäer macht nichts falsch, der Sünder, der Zöllner verhält sich unerwartet. Er hat nichts vorzuweisen vor Gott, als sich nur auf Gottes Gnade und Barmherzigkeit zu beziehen. Ja, sagen einige, aber da steht ja schon, der Pharisäer stand für sich oder er betete für sich. Aber da legen wir etwas rein. Nein, nein, sprachlich ist das ganz normal, er steht natürlich für sich, nicht in einer Gruppe und er betet nicht zu sich, er betet natürlich zu Gott. Und jetzt kommt das Urteil Jesu. Ich sage euch, dieser Zöllner ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Der Zöllner wird erhört, der Zöllner wird begnadigt, der Zöllner wird gerecht gemacht von Gott. Wie kann das sein? Wenn wir keine Karikatur aus dem Pharisäer machen, dann wird klar, wer ist gerecht und wer ist nicht gerecht vor Gott. Jeder, der meint, durch sein eigenes Verhalten, durch seine eigene Frömmigkeit, so biblisch sie ist, vor Gott bestehen zu können, der ist nicht gerecht. Der maßt sich an, gerecht zu sein. Denn ein Mensch kann von sich aus, getrennt von Gott, nicht das sein, was wir nur mit Gott sein können. Ebenbild Gottes sollen wir sein und das Ebenbild ist das Gegenüber. Und jemand, der vor Gott tritt und sagt, ich bin richtig vor dir, der ist schon, indem er es ausspricht, nicht richtig, denn er versteht sich von sich selber her. Denken wir an den reichen Jüngling, er hatte zu viel Besitz und er verstand sich von seinem Verhalten her. Und an dem Verhalten war weder bei dem reichen Jüngling noch bei dem Pharisäer hier etwas auszusetzen. Schön, wenn ihr euren Zehnten gebt für alles, was ihr bekommt, egal woher es kommt. Das ist wunderbar. Und wenn ihr zweimal die Woche fastet, es gibt welche unter uns, denen würde das gut tun. Alles ist prima. Aber es ersetzt nicht die Gottesbeziehung. Gott will nicht unsere Frömmigkeit, er will uns. Er will nicht unsere Leistung, er will nicht unsere Selbstgerechtigkeit, er will uns. Für die Liebe gibt es keinen Ersatz. Und der Zöllner hat gar nichts zu bringen als sich und sein Elend. Und es ist Gott lieber, ich komme mit meinem ganzen Elend, aber ich komme, als dass ich kein Elend habe und bleibe dafür weg. Der Gott der Liebe, der Gott der Barmherzigkeit, beschenkt uns gerne mit seiner Gnade. Nur womit er gar nichts anfangen kann, ist, wenn jemand selbst gerecht ist, sich von sich selber her definiert und versteht. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener, denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Das ist kein Sprichwort im allgemeinen Sinne. Hochmut kommt vor dem Fall. Pass nur auf, tritt nicht so arrogant auf, sonst wirst du gedemütigt. Nein, es ist die tiefe Wahrheit. Wenn ich mich von mir selbst her verstehe, dann werde ich am Schluss leer ausgehen und mich verlieren. Und wenn ich mich an Gottes Barmherzigkeit und Liebe verliere, dann werde ich mich finden. In Gott bin ich erhöht. Gott ist es wichtiger, dass ich wahrhaftig bin, als dass ich bürgerlich korrekt bin. Gott verzeiht mir lieber mein Versagen, als dass ich anständig lebe, mir nichts zu Schulden kommen lasse, aber isoliert lebe und ihn darüber vergesse. Gott will uns und unsere Beziehung. Wir mögen uns tausend Schritte von Gott weg entfernt haben, wie der verlorene Sohn. Es ist nur ein Schritt, um zu ihm zurückzukommen, denn er wartet, dass wir uns auf seine Barmherzigkeit beziehen. Dieses Gleichnis ist deshalb so provozierend, weil es nicht sagt, ein Mensch, der alles falsch macht, kann Gott nicht gefallen, sondern weil mir hier vor Augen geführt wird, ich kann bürgerlich alles korrekt machen, ich kann fromm sein in meiner Gemeinde als einer der frommsten auffallen und trotzdem bin ich nicht richtig vor Gott, denn ich verstehe mich nicht von ihm und seiner Liebe her, sondern von meiner eigenen Frömmigkeit, eben wie auch der reiche Jüngling sich von sich selbst her verstand und ihm war das wichtiger und das hat er geklammert und er hat sich nicht in die Nachfolge begeben. Ein Gleichnis zum Aufwecken, nicht nur historisch, sondern für uns heute. Wie beten wir? Natürlich würde von uns keiner sagen, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie dieser Zöllner, denn inzwischen haben wir ja kapiert, die Zöllner waren die ihn wahrhaft begnadigten. Wir würden heute viel eher beten, ich danke dir, Herr, dass ich nicht so arrogant bin wie die Pharisäer und die anderen Frommen, nicht, dass ich eben nicht so von oben herunter bin und dann kann ich aufzählen, was ich alles tue, nicht. Ich sündige zweimal die Woche, nicht, im Unterschied zum Pharisäer, der hat zweimal gefastet, nicht. Also wohlgefällig aus mir selber vor Gott. Das ist schon mal zum Aufwachen. Und jetzt die zweite Perikope. Ich habe gesagt, Lukas 7, 36 folgende, dass Jesus ja auch um Pharisäer wirbt, dass Jesus auch um Gerechte wirbt. Es ist also nicht so, dass er sich nur um Zöllner und Sünder kümmerte und alle Gerechten und alle Pharisäer hat er liegen lassen. Und so haben wir hier ein Beispiel, dass Jesus eingeladen wird von einem Pharisäer. Und wir haben wieder die Gegenüberstellung von einem Pharisäer und einer anderen Person, von der wir eine Menge lernen können. Es bat ihn aber einer der Pharisäer bei ihm zu essen. Und Jesus ging hinein in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Also Jesus hat seine Tischgemeinschaft selbstverständlich auch den Gerechten, den Pharisäern, den Frommen angeboten. Aber jetzt kommt es. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als die vernahm, dass er zu Tisch saß im Haus des Pharisäers, brachte sie ein Glas mit Salböl und trat von hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen und küßte seine Füße und salbte sie mit Salböl. Schock! Ein Symposion, ein Gelage, zu dem werden nur Männer zugelassen in der damaligen Gesellschaft. Und dort in diesen Männergesellschaften, in diesen Trinkgelagen, da sprach man über die wesentlichen Dinge, zum Beispiel eben über die Liebe. So war es schon bei den Philosophen. Da durften keine Frauen reinkommen. Aber plötzlich platzt eine Frau rein. Und dann auch noch eine Welche. Eine stadtbekannte Sünderin. Nein, wir kommen nicht umhin anzunehmen, dass es eine Prostituierte war. Was für eine Peinlichkeit für den armen Simon, dass die stadtbekannte Prostituierte bei ihm reinrauscht, als wäre sie zu Hause und tut so, als würde sie ein- und ausgehen. Nicht, das bringt den Simon doch in größte Verlegenheit. Aber nicht nur, dass sie dort am Rand steht und zuhört, sondern sie ist völlig aufgelöst und sie weint völlig überwältigt. Und sie kam zu Jesus hin. Und jetzt müssen wir wissen, dass man nicht wie bei uns heute Abend damals an Tischen gesessen hat, mit den Füßen unter den Tischen, sondern man lag zu Tisch. Das heißt, die Tische waren auf dem Boden unten und man lag. Und im Fischgrät haben dann die Füße immer abgelegen vom Tisch. Das heißt, wenn ich auf einen Tisch zukam, war das Erste, was ich vor mir hatte, waren dann die Füße der dort Liegenden. So kam sie also zu den Füßen Jesu und dann tropften ihre Tränen auf die Füße Jesu. Das war eine solche Intimität, die absolut gesellschaftlich nicht denkbar war. Und es war der Frau hochnotpeinlich, dass sie mit ihren Tränen eben die Füße Jesu berührte. Und sie wollte es wieder gut machen und es abwischen. Aber das war jetzt nicht inszeniert, das ist ja kein Hollywoodfilm. Sie hatte ja nicht ein Handtuch schon mitgebracht, nicht für den Fall, dass sie weint, sondern sie war völlig überrascht und sie überlegte ja, was mache ich denn jetzt? Und sie wusste nichts anderes, als einfach ihre Haare zu lösen, mit den langen Haaren schnell alles abzuwischen. Ohne in der Panik daran zu denken, dass sie dadurch alles noch viel schlimmer machte. Denn das Lösen der Haare war so intim und dass sie dann auch noch mit ihren Haaren die Füße Jesu abwischte und dass sie die küsste, das alles war unerträglich intim. Das war absolut schockierend. Und dann tat sie das, um dessen Willen sie eigentlich gekommen war, nämlich das Glas mit Salböl, das schüttete sie aus und salbte die Füße Jesu. Was für eine Situation! Was für eine Peinlichkeit! Was für ein Tabubruch! Vers 39 Als aber das der Pharisäer sah, der ihn eingeladen hatte, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, 3e, schwäbischer Konjunktiv, irreal ist hoch 3, wenn dieser ein Prophet wäre, was er ja offensichtlich nicht ist, so wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt. Denn sie ist doch eine Sünderin! Das kann der gerechte Jesus von Nazareth doch nicht geschehen lassen. Und jetzt kommt die Ironie der Erzählung. Simon denkt in sich hinein. Wenn er ein Prophet wäre, müsste er doch Gedanken lesen können. Dann müsste er wissen, was das für eine Frau ist. Und Jesus lächelt ihn an, den still vor sich Hindenkenden, und sagt, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Was will Lukas damit andeuten? Nun, er hat seine Gedanken gelesen, denn er ist Prophet und er ist vielmehr, er ist nämlich der Sohn Gottes. Und er kennt nicht nur die Sünderin, Jesus kennt auch den Simon und er liest seine Gedanken. Und er sprach zu ihm, Meister, sag es! Und Jesus erzählt ein Gleichnis. Das ist immer entlastend. Ihr kennt das auch. Eine Situation, hohe Peinlichkeit und alle gucken Verlege nach unten. Keiner weiß so richtig, wie geht es weiter. Und einer ergreift das Wort und lenkt ab und erzählt was. Das ist immer gut. Da stürzt man sich drauf. Ein Witz, ein Gleichnis, eine Erzählung. Hauptsache jemand bricht den Bann und alle sind erleichtert. Jesus erzählt ein Gleichnis. Die Situation ist gerettet. Nichts wie raus aus dieser peinlichen Situation. Und Jesus erzählt, ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Einer war 500 Silberkroschen schuldig. Das ist ungefähr das, was ein Arbeiter in einem Jahr verdiente. Also, ihr könnt euch vorstellen, eure Jahresrente, euer Jahreseinkommen, das ist die Schuld. Der andere 50, sagen wir ungefähr, ein Monatsgehalt, war er in Schuld. Da sie aber nicht bezahlen konnte, schenkte er es beiden. Wer von ihnen Simon wird ihn am meisten lieben? Nun, das ist ja eine Konfirmandenfrage. Das ist doch ganz klar. Der, der mit dem Monatseinkommen in Schuld, der kann sich doch der Illusionen geben, ich muss mich nur anstrengen, ich muss mich nur zusammenreißen, ich muss nur sparen, das kriege ich wieder eingespart. Aber jemand, der von Tag zu Tag lebt und auf diese Weise schon ein Jahr hinterher ist, Wie soll der denn, wenn er schon mit dem täglichen Geld nicht auskommt, ein ganzes Jahresgehalt nochmal einsparen? Das kann der doch gar nicht. Der ist doch völlig verzweifelt. Und wenn jetzt beide es geschenkt bekommen, aus Gnade, einfach so geschenkt bekommen, wer von den beiden wird mehr lieben, wird dankbarer sein? Es ist doch ganz klar, der, dem am meisten geschenkt wurde, der, dem er am meisten geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geurteilt. Und er wandte sich zu der Frau und sprach zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Diese aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Diese aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Deshalb sage ich ihr, ihre Sünden, die vielen, sind vergeben, denn sie hat viel Liebe gezeigt. Sie ist diejenige im Gleichnis, die die große Schuld erlassen bekommen hat. Das erkennst du an ihrer großen Dankbarkeit und Liebe. Und jetzt ist Jesus diskret und spricht nicht den Simon im Kontrast an, sondern er formuliert es allgemein. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Wem wenig geschenkt wird, der ist weniger dankbar. Dankbar. Ja, sagst du, wie konnte der Simon auch so dumm sein? Wie konnte der vergessen, Jesus die Füße zu waschen? Wie konnte der vergessen, Jesus zu salben? Wie konnte er vergessen, Jesus zu küssen? Ja, er hat es doch gar nicht vergessen. Das war doch überhaupt nicht üblich. In der Antike war es doch nicht die Aufgabe des Gastgebers, anderen die Füße zu waschen, wenn sie von staubigen Straßen kamen. Das war doch Sklavenarbeit. Und es war auch in Israel nicht so, wie wir das aus der späten Phase der Sowjetunion kennen, wenn die da sich bei 40 Grad minus in Sibirien getroffen haben mit Pelzmützen und dann haben sich alte, unästhetische Männer gegenseitig abgeküsst, dass man sagte, was machen die da eigentlich? Es war nicht üblich, sich die ganze Zeit zu küssen in Israel. Das ist eine ganz intime Geste. Und salben? Ja, wie ist denn eine Königssalbung? Wird ein hoher Priester gesalbt? Was ist denn angesagt, dass eine Salbung nötig ist? Die Herausforderung dieser Erzählung liegt darin, dass der Simon überhaupt nichts falsch gemacht hat. Er hat nichts unterlassen, was anständig, was bürgerlich und richtig ist. Er war völlig gerecht. Er war völlig richtig. Er entsprach der Erwartung und der Konvention. Es war die Frau, die durch das Überwältigtsein des Evangeliums, durch das Überwältigtsein der Barmherzigkeit Gottes, durch das Überwältigtsein der Zuwendung Jesu die Maßstäbe verschoben hat für das, was als angemessen und gerecht gilt. Sie war so überwältigt von der Liebe und Barmherzigkeit Gottes, dass sie gar nicht anders konnte, als zu weinen, als zu küssen, als zu salben. Überschwänglich hat sie in erster Liebe Jesus dankbar sich erwiesen und hat sich bedankt für alles, was sie bekommen hat von der Verkündigung, von der Begegnung mit Jesus und durch das Evangelium. Ist das nicht faszinierend? Wir haben mehrmals gesagt, die Gnade bewirkt in unserem Leben viel, viel mehr, als das Gesetz fordert. war Simon gerecht oder nicht? Wie beim reichen Jüngling möchte ich ihm einräumen, weil Lukas es gar nicht bestreitet. Sowohl der Simon, der Pharisäer hier, wie auch der reiche Jüngling, ja, sie waren ernsthaft bemüht, nach dem Gesetz alles richtig zu machen. Aber sie waren eben nur richtig. Sie waren nur im Recht. Aber seitdem Jesus gekommen ist, ist nicht mehr das Rechtmaßstab für unser Verhalten, sondern die Liebe. Und deshalb gilt nicht nur Auge um Auge, Zahn um Zahn, sondern es gilt Liebe deinem Nächsten und vergib ihm bis zu 77 Mal. Da gilt nicht nur Liebe deinen Nächsten, sondern auch Liebe deinen Feind, denn das ist die Überschwänglichkeit, die die Leben, die Liebe und Erbarmen und Barmherzigkeit und Vergebung erfahren haben. Aus dem Überfluss heraus hat sie gelebt. Das Faszinierende ist also, dass Simon nichts falsch machte. Er war gerecht im Sinne des Gesetzes. Und so sagt Paulus auch von sich, vor Damaskus war ich gerecht nach den Maßstäben des pharisäischen Lebens. Wir verwechseln Paulus oft mit Luther, der zerbrach an seiner Frömmigkeit und der Versuch, einen gerechten Gott zu bekommen, hat ihn in die Verzweiflung getrieben, nicht als einen aufrechten, suchenden Mönch. Aber Paulus war sich seiner Sache ganz gewiss. Ich halte das Gesetz des Mose. Okay, auch ich bin nicht vollkommen, aber dafür habe ich ja dann die guten Taten. Ich halte alles, was gefordert ist, 613 Gebote und Verbote und für die Situationen, in denen ich nicht vollkommen bin, werde ich gute Taten tun, also tue ich Dinge, die darüber hinausgehen. Ich verzehnte alles, ich faste zweimal und wenn meine Nachbarin ein Kind hat, das heiraten will und die haben kein Geld, dann finanziere ich als gute Tat eben dort die Hochzeit. Das wird mir angerechnet. Das kriege ich als Rabattmärkchen obendrauf. Und wenn der Nachbar verstirbt und die arme Witwe hat kein Geld fürs Begräbnis, Mose fordert das gar nicht. Ich setze eins drauf, eine gute Tat, ich finanziere ein fremdes Begräbnis, lauter gute Taten und die sammle ich an und dann werden die die Waagschale gelegt am jüngsten Tag, wenn herauskommt, nicht immer war ich vollkommen, aber dafür habe ich ja eben zusätzlich noch was angesammelt und das wird ausgeglichen mit meinem Defizit. Ich bin richtig, ich bin gerecht. Ich kann meinem Gott in die Augen schauen. Er muss nur niedrig zu mir runterkommen nicht und dann kann ich ihm in die Augen schauen. Das passt schon. So war Paulus vor Damaskus, so war Simon. Es ist die Begegnung mit der Liebe Gottes im Angesicht Jesu Christi, die alle meine Frömmigkeit entlarvt. Was motiviert mich zu meinem Verhalten? Was die Frau motiviert, das haben wir schon verstanden, da komme ich auch gleich drauf. Was motiviert mich? Nun die erste Stufe des moralischen Verhaltens, warum ich das gebotene tue und das verbotene Lasse ist die Angst vor der negativen Konsequenz, ist die Angst vor der Strafe. Viele tun nur deshalb das Gute und lassen das Schlechte, weil sie Angst haben, es könnte rauskommen, dann werde ich von Menschen gestraft oder am jüngsten Tag wird Gott mich dafür strafen. Die Vermeidung der Strafe ist ein moralisches Motiv. Und das gilt es auch nicht klein zu reden, weil interessanterweise wir alle immer wieder auch das Androhen der Konsequenz vor Augen haben müssen. Ich erinnere mich dran, manchmal habe ich sehr eilig gehabt, schon wenn ich in die Vorlesung nach Tübingen fuhr und dann kam ich an einem Kindergarten vorbei und eigentlich hätte mein Herz und meine Vernunft sagen müssen, Eckstein, egal wie spät du dran bist, runter auf die Bremse, fahr höchsten 20, da könnte ein Kind kommen. Aber witzigerweise fielen mir nicht zuerst die Kinder ein, sondern die Radarfallen fielen mir ein, weil da mit Grund immer wieder geblitzt wird und wenn ich zu schnell gekommen bin, dann blitzte es mir virtuell schon innerlich und ich ging auf die Bremse, dann konnte das Kind kommen, ich konnte es rüberlassen und nichts ist passiert. Das heißt also, selbst noch bei gestandenen Theologieprofessoren ist es manchmal notwendig, die Strafe vor Augen zu führen und die negative Konsequenz, damit sie von dem Schlechten abladen und das Gute tun. Bedeutet Christ sein, ich tue nur alles, damit ich nicht in die Hölle komme. Es ist toll, wenn du zum Glauben kommst, damit du nicht in die Hölle kommst, aber das ist ein zutreffendes Motiv, aber kein hinreichendes Motiv, denn Gott will ja nicht nur verängstigte Menschen haben, die nur sagen, ich bin nur bei dir, damit ich nicht gestraft bin. Nein, das zweite Motiv in der moralischen Erziehung ist, dass jemand in der Erwartung einer Belohnung das Richtige tut. Das heißt also, ich tue etwas in der Erwartung, dass es mir wieder ausgeglichen wird, dass ich dafür belohnt werde. Und so wird auch in vielen Gleichnissen gesagt, wenn ihr mit euren Funden wuchert, wenn ihr gerecht lebt, wenn ihr wach seid, dann werdet ihr dort eben Lohn empfangen und vielfältig bekommt ihr zurück für das, was ihr richtig tut. Das heißt, Kinder zu motivieren, tu das Richtige und dann gibt es eine Belohnung, ist durchaus legitim, aber moralisch noch nicht der Höhepunkt. Vermeidung von Strafe und Aussicht auf Belohnung, das ist eine niedere Stufe der Moral. Es wird schon etwas luftiger und lichter, wenn die Belohnung nicht banal im Geld besteht oder im Fernsehen gucken dürfen, sondern wenn die Belohnung darin gesehen wird, dass wir Lob empfangen, dass es wahrgenommen wird, dass wir geachtet werden. So erinnere ich mich dran, dass unsere Mutter mal zum Friseur ging und mein Bruder und ich, wir haben das wahrgenommen, er zwei Jahre jünger als ich und wir wollten unserer Mutter was Gutes tun und dann haben wir, während sie beim Friseur war, die ganze Wohnung geputzt. Also wenn Mütter beim Friseur sind, reicht es für die ganze Wohnung, es hätte auf ein Haus gereicht, wir hatten nur noch keins. Also wir haben gesagt, wir putzen jetzt mal die ganze Wohnung und dann kam unsere Mutter zurück und hat es sofort gesehen. Das hat uns sehr erfreut, aber sie hat es daran gesehen, dass alle Spiegel verschmiert waren und sie konnte es sich nicht anders erklären. Das müssen die Jungen gewesen sein. Also wir haben unser Bestes gegeben, aber unser Bestes war also nicht gut genug. Gut für die Absicht. Hätte unsere Mutter jetzt gesagt, ja, ihr habt ja die Wohnung geputzt. Was soll ich euch denn bezahlen? Zwei Mark oder drei Mark, was es damals noch gab. Wir wären zu Tode beleidigt gewesen, doch nicht für Geld. Wir wollten unserer Mutter eine Freude machen, damit sie uns lobt und anerkennt und wir ihre Lieblingssöhne sind. Sie hatte ja nur zwei, aber dann wollten wir wenigstens auch die Lieblingssöhne sein als die beiden. Das heißt, es ging nicht um Geld, es ging nicht um Fernsehgucken, sondern es ging um Anerkennung. Aber auch hier, ob Strafe, ob Belohnung oder ob Anerkennung, es ist ja immer noch aus mir heraus motiviert. Ich bin ja nicht beim Du, ich bin noch nicht bei der Einsicht, ich bin noch nicht in der Orientierung an Liebe, Gerechtigkeit und in wahren Werten. Ja, dann kommt eine Phase, in der man sich orientiert und das ist relativ leicht dann, an dem, was Konsens ist, was Regel ist. Das ist die Phase, wo Kinder nicht es mögen, wenn andere pfuschen, nicht bei irgendeinem Gesellschaftsspiel, Regeln sind einzuhalten. Und Regeln und Konventionen und Verabredungen sind etwas sehr Wertvolles, auch in einer Gemeinde. Denn müsste man jedes Mal am Anfang des Gottesdienstes erst alle Konventionen aushandeln, dann wäre ja schon drei Stunden rum, bevor wir mit dem Eingangsspruch beginnen. Das heißt also, Konventionen, Regeln, das macht man bei uns, das macht man nicht. Das ist eine Entlastung für den täglichen Umgang miteinander. Aber, wenn ich nicht mehr die Person sehe, wenn ich nicht mehr den Wert sehe, nicht die Liebe sehe, sondern wenn es nur noch um die Einhaltung von Regeln geht, wenn es in unserer Gemeinde, in meinem eigenen Leben nur noch um das Definieren von Leitplanken geht, da darfst du nicht drüber, dann wird es eng und dann wird es gesetzlich. Und ich weiß noch aus der Jugendarbeit, dass Jugendliche nach Hause kamen zu ihren Eltern und haben gesagt, wir haben vor, das zu tun. Und die Eltern haben gesagt, das macht man nicht. Also, was weiß ich jetzt, einen Tanzkurs, nicht? Wir wollen einen Tanzkurs machen. Und dann sagt die Eltern, das machen wir nicht bei uns in der Gemeinde. Wir tanzen nicht. Und dann fragen natürlich Kinder zurück, warum tanzt ihr nicht? Weiß ich selber nicht. Man macht das nicht. Nicht? Man macht das nicht. Oder ich erinnere mich dran, nicht in dem Ort, in dem ich als Student wohnte. Da ging also die Vermieterin nach Böblingen einkaufen und kaufte sich drei neue Mäntel und drei neue Hüte und kam nach Hause. Und dann sagte ich eben dem Sohn, na schön, dann läuft ja jetzt die Dame neuer Mode rum. Nein, das macht man nicht. Die Hüte und die Mäntel wurden erst sieben Jahre in den Schrank gehängt, dass sie richtig schön muffig sind, nach Mottenkugeln riechen. Und erst dann traut man sich damit in die Gemeinde. Man will ja nicht als modisch erscheinen. Das macht man nicht. Die Orientierung an der Regel, an dem, was man oder was man macht oder was man lässt. Alles hat auch sein Recht. Orientierung an Strafe, an Belohnung, an Anerkennung, an Konvention. Und ja, es ist auch richtig, dass ich sage, und so hat es Paulus auch empfohlen, wenn es dem anderen eine Anfechtung ist und du bist frei, es zu tun oder zu lassen, dann lass es halt doch nicht, bevor der andere jetzt strauchelt. Der ist noch nicht so weit. Dann nimm Rücksicht auf sein schwaches Gewissen. Was kostet es dich denn? Trinkt und esst zu Hause das, was ihr trinken und essen wollt. Ihr müsst es ja nicht zum Ärgernis der anderen machen. Also Paulus geht ganz souverän mit all diesen Dingen um. Aber was war hier? Warum hat die Frau getan, was sie getan hat? Hat sie Angst vor der Strafe gehabt? Von welcher Strafe? Sie hat ja schon Vergebung bekommen. Gestraft war sie vorher von ihrer Umwelt. Hat sie sich auf eine Belohnung gefreut? Hat sie gesagt, wie kriege ich Jesus von Nazareth jetzt dazu, mir in den himmlischen Wohnungen eine neue Tapete dran zu machen? Was muss ich tun, um ihm eine Belohnung abzuzwingen? Völlig pervers. Natürlich nicht. Wollte sie gelobt werden? Das Motiv hätte sie beschämt und geärgert. Du willst ja nur gefallen. Nein. Wie sagt das Gleichnis? Sie hat aus Liebe und Dankbarkeit gehandelt. Was ist christliche Motivation? Spezifisch christliche Motivation ist das Tun und Lassen aus Liebe, Dankbarkeit und Einsicht. Wir handeln nicht damit, wir handeln, weil, weil wir geliebt sind, weil wir beschenkt sind. Deshalb wollen wir alles tun, um ihn zu erfreuen. Und Jesus schaut sie an und eigentlich hatte er ja schon über sie gesprochen, nämlich mit den anderen Männern. Aber jetzt spricht er sie selber an, vor allen anderen und er sagt, ihr der begnadigten Sünderin, in dir sind deine Sünden vergeben. Vergibt Jesus ihr jetzt erst? Ist die Sündenvergebung Belohnung? Nein. Die Situation und das Gleichnis macht es deutlich. Die Frau kam, weil sie überwältigt war durch das Geschenk der Liebe und Vergebung, das sie von Jesus empfangen hat. Wir kennen die Vorgeschichte nicht. Wir wissen nicht, ob Jesus mit ihr schon gesprochen hatte, wie mit der Samaritanerin am Brunnen. Wir wissen nicht, ob sie eine Predigt anonym gehört hat in einer großen Menge. Wir wissen nicht, ob sie nur das Evangelium aus zweiter Hand hatte von irgendeinem Mann, einer Frau, die von Jesus von Nazareth erzählte und wie er Gottes Gnade und Güte verkündigt und zuspricht. Wir wissen nicht, wie sie zu der Gewissheit der Vergebung kam, aber sie hatte sie und Jesus bestärkt ist. Er aber sprach zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, hat dir geholfen, hat dich heil gemacht. Geh hin in Frieden, geh hin im Schalom, in der Versöhntheit. Diese Sünderin war gerechtfertigt, so wie der Zöllner im Tempel gerechtfertigt nach Hause ging. Voraussetzungslos und bedingungslos geliebt, aber folgenreich begnadigt. Und fortan hat sie nichts anderes tun können, als aus Dankbarkeit und aus Liebe und aus Einsicht zu handeln. Und jetzt haben wir genug zu bedenken für die stille Zeit der nächsten Wochen und Monate, denn bei allem, was wir tun und lassen, können wir überlegen, warum lasse ich das und warum tue ich es? Weil man es nicht macht? Weil ich Angst vor der Strafe habe? weil ich mir eine Belohnung im Himmel erwachte oder nach Möglichkeit schon auf der Erde? Oder verstehe ich mich so von Jesus Christus her, dass ich gar nicht anders kann, als Beschenkte dankbar zu reagieren? Dann tue ich nicht das, was richtig ist, sondern was der Liebe und der Gnade entspricht. Dann sehe ich auch andere Menschen aus der Perspektive Gottes und mit Gottes Augen. Und dann kann ich nicht anders, als zu sagen, wenn Gott mich liebt, so wie ich bin, dann muss er wohl auch die andere und den anderen lieben, so wie sie sind. Und dann kann ich mich mit Auge und Auge, Zahn um Zahn nicht begnügen, obwohl auch das schon Recht ist, denn das Unrecht wäre eben eine maßlose Rache. Nein, Recht ist schon Auge um Auge, Zahn um Zahn. Aber das ist zu wenig, denn Gott ging ja mit mir auch nicht so um. Er liebt mich grenzenlos, wie soll ich anderen Vergebung verweigern? Er hat mir nicht nur siebenmal vergeben, nie nur siebzigmal, er hat mir unendlich oft vergeben. Wie will ich das dann anderen verweigern? Bei meinen Studenten liebe ich immer diese Beispiele, die auf Beziehung anspielen, weil ich sie dann immer wieder wach kriege. Das sind dann die existenziellen Themen. Und dann erzähle ich gerne, wenn einer von Ihnen sich in eine Studierende oder umgekehrt die Studierende in den Studenten verliebt und Sie erklären die Liebe dem anderen oder der anderen, was ist die Antwort, die Sie erwarten? Ich bin bereit, mir deinen Geburtstag in den Kalender einzutragen und dann kann ich einmal im Jahr irgendwie posten oder kann dir eine kurze Karte schicken. Ist das die Antwort? Oder ich bin gerne bereit, dir eine Stunde Nachhilfe zu geben. Ist das die Antwort? Nein. Liebe, die erklärt wird, erwartet als Antwort nichts als Liebe. Was Gott von uns will, ist mehr als Anstand und Gerechtigkeit. Er will nicht primär deine Zeit, er will nicht primär dein Geld. Er hat Interesse an dir. Und wenn du sagst, was will der denn von mir, was findet der denn an mir, ich kann es von hier auf vorne auch nicht genau erkennen, was er an dir ausgerechnet findet, aber ich habe den Auftrag, dir zu sagen, dass es so ist. Du bist geliebter, als du ahnst. Lass dich lieben, lass dich beschenken, erkenne, wie reich du beschenkt bist und dann wird alle Motivation einmal überdacht werden in deinem Leben. Und du fragst mich, verstehe ich mich schon von Christus her? Ist das schon von seiner Liebe her abgeleitet? Lasse ich mich schon beschenken? Bin ich schon Maria oder noch hektisch wie Martha? Bin ich schon wie der Zöllner oder meine ich noch, mir reicht es noch zum Pharisäer und ich bete noch aus eigener Kraft ein bisschen weiter? Bin ich wie der reiche Jüngling, der nur fragt, was das eine ist, was ich noch drauflegen muss? Oder habe ich erkannt, dass ich wie kleine Kinder angewiesen bin? Ja, dass ich aus Gott gezeugt werden muss? Denn Liebe können wir nicht produzieren, Liebe können wir nur reflektieren. Und wenn wir dies hier ernst nehmen, dann kommen wir zu einer faszinierenden Konsequenz. Wenn es stimmt, dass unsere Liebe zu Christus in dem Geliebtsein und Beschenktwerden von Christus gründet. Also die Antwort der Frau ist eine Reflexion auf das Geschenk, das sie bekommt. Die Dankbarkeit ist eine Antwort auf die Jahresschuld, die einem erlassen wird. Also wenn es stimmt, dass unsere Liebe zu Christus die Antwort ist auf seine Liebe zu uns, dann lieben wir Christus in dem Maße, wie wir uns von ihm lieben lassen. Wie kann ich im Glauben wachsen, indem ich aufhöre, es zu wollen? Wie komme ich weiter, indem ich verstehe, dass ich Christus in dem Maße lieben werde, andere, sogar meine Feinde lieben kann, wie ich mich von ihm lieben lasse? Kein Grund zu schlechten Gewissen, allen Grund zu Zuversicht und Freude. Und dann ist die Frage, Herr, wie kann ich bewusster, willentlicher, umfassender, ganzheitlicher mich von deiner Liebe her verstehen? Wenn es stimmt, dass unsere Liebe zu Christus in der Liebe Christi zu uns gründet, lieben wir Christus in dem Maße, wie wir uns von ihm lieben und beschenken lassen. Wollen wir beten? Jesus Christus, immer wieder versuchen wir, richtig zu sein durch unser Verhalten. Wir verstehen uns von dem her, was unser Vermögen ist, was unsere Taten sind und unsere Leistung. Wir wollen ein Selbstbewusstsein bekommen, indem wir auf unser Leben schauen, in den Spiegel schauen und wir meinen, dass wir uns finden, wenn wir uns bei uns selbst suchen. Aber wir sind geschaffen durch dich als dein Gegenüber und wir werden keine Ruhe finden und keinen Frieden, bis wir die Versöhnung und Geborgenheit gefunden haben in dir. Das Reich Gottes und das ewige Leben besteht aus Gemeinschaft, besteht aus Verhältnis und Beziehung. Und weil du dich uns zugewandt hast und heute auch mitten unter uns bist, dürfen wir den Himmel auf Erden in der Beziehung mit dir schon erleben. Mach uns frei von aller Angst, mach uns frei von aller Berechnung, mach uns frei von aller Stolz und allem Ehrgeiz, allem Gelten wollen und Herausragen wollen und lass uns ganz auf dich und deine Liebe schauen, damit wir loslassen, was wir klammern, vergessen, was die Vergangenheit belastete und dich empfangen, dich küssen, dich salben, dich verehren und darin rein werden in unseren Motiven, wachsen in unserem Glauben, der nicht sein will, als geliebt werden von dir. Amen. Amen. Amen.